Es ist nur der Appetizer, es sieht gut aus. Es ist eben, es ist keine Angst. Es ist Rügelbrot aus Wasser, ein paar Nüsse, auf einem kleinen Salat und Butter. Hier habe ich mein Soundsystem. Es hat nur eine Skifilm drauf, leider. Und ein Tabaloc-Film, also Philippinisch. Aber es hat ein Radio drauf, ich glaube Playlist drauf, zum Beispiel. Playlist one in West Country, MPR, okay. Back. Albums. Philippine. So, was wir eben so dürfen. Wechsel. Als wir sehen, mal Stamp. Vielen Dank.